Die ATM begleitet seit mehr als 25 Jahren 104 Gemeinden bei allen Fragen der Abfallwirtschaft. Im EU-geförderten Projekt SURFACE beschäftigen wir uns nun mit der Abfallvermeidung durch Wiederverwendung und Reparatur von Produkten, die sonst im Abfall landen würden. In den letzten Monaten haben wir für die Zentralregion in Tirol eine Online-Plattform mit dem Namen NORMOL aufgebaut. NORMOL steht für noch einmal verwenden. Auf www.noamol.at haben Gemeinden die Möglichkeit, ihre Akteure, Veranstaltungen und Initiativen im Bereich Reuse sichtbar zu machen. Die Bürger sehen so auf einen Klick, wo sie in ihrer Umgebung die Möglichkeit haben, ihre gebrauchten Waren durch Verleihen, Verschenken, Mieten oder Reparieren länger im Kreislauf zu halten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.